Hallo und herzlich willkommen bei den Nachrichten im Nachrichtenformat mit Format mit Nachrichten dem Wetter Willi, der Regiemulle, diversen Praktikanten, dem ein oder anderen Experten und gelegentlich sogar mit mir. Zu den Schlagzeilen Eindruck Olaf Scholz, seines Zeichens bester, derzeit amtierender Bundeskanzler, stellt im Spiegelinterview klar, die Leistung der besten Ampel, die wir aktuell jemals hatten, ist beeindruckend und wenn jemand 2021 auf eine Weltreise gegangen wäre und nun zurückkäme, würde er Bauklötze staunen. Ja, das glaube ich auch. Er würde sich dann fragen, warum Strom und Lebensmittel plötzlich so teuer sind, wieso es sei nicht insolventer Arbeitgeber nicht mehr produziert, warum fast täglich über Messerangriffe berichtet wird, obwohl überall Schilder hängen, dass Messer verboten sind und wieso Fitnessstudios Post von Gleichstellungsbeauftragten bekommen, wenn sie Gebrauch vom ihnen zugesicherten Haus recht machen. Fundstück Der Fund einer kopflosen Leiche in Brandenburg beschäftigt die Polizei seit Tagen. Zwar wurde der Kopf mittlerweile auch gefunden und die Identität des Toten konnte anhand seiner Ausweispapiere festgestellt werden, was die Todesursache angeht, stehen die Ermittler jedoch vor einem Rätsel. Da es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden gibt, zieht man Alkohol oder Drogen als Todesursache in Betracht. Hmm, ich bin kein Mediziner, aber vielleicht hat ja die Tatsache, dass ihm der Kopf abgefallen ist, was mit seinem Ableben zu tun. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man ohne Kopf meist nicht sonderlich lange lebt, eventuell könnte man mal untersuchen, ob es da einen Zusammenhang gibt. Nette Geste Dem nicht ganz so optimalen Ausgang der Wahlen in Sachsen und Thüringen zum Trotz lässt es sich die weltbeste FDP nicht nehmen, sich auf X bei ihren Wählern zu bedanken. Medienexperte Jens Gibulte ordnet dies als nette, aber eher sinnlose Geste ein, da er beide Wähler kennt und weiß, dass sie die Danksagung nicht sehen werden, da sie nicht auf X, sondern nur auf StayFriends und TikTok unterwegs sind. Unfreiwillig Die Einbretcher, die 2019 das grüne Gewölbe in Dresden ausgeräumt haben, sollten ins Gefängnis, wollten aber nicht. Sie sind einfach nicht zur Einsperrung erschienen, Experten vermuten, dass sie nicht so wirklich viel Lust auf Knast haben, auch wenn sie nur in den offenen Vollzug sollten, also quasi ins Gefängnis light. Knastexperte Jens Gibulte vom Gesprächskreis für Topflappen häkelnde Männer mit Dutt erklärt, dass eine Einsperrung gegen den Willen des Eingesperrten ziemlich gemein ist und man die Wünsche eines Menschen nicht einfach so ignorieren sollte, nur weil er ein verurteilter Verbrecher ist. Verzögerung Überraschung für Tatortfreunde Anstatt des markanten Intros ihrer liebsten Krimiserie wurden sie mit einer unangekündigten, 15-minütigen Sondersendung beglückt, in der die beliebte und talentierte Komikerin Carolin Käbekus, die sich bereits während Corona und in der Klimadiskussion stets für Kinder und ihre Rechte ausgesprochen hatte, den freudig überraschenden Zuschauern erklärte, dass Kinder auch sowas wie Rechte haben sollten. Die Resonanz auf diese eingeschobene Überraschungssendung war durchaus positiv. In einer repräsentativen Umfrage gab die befragte Oma Hilde an, dass sie dadurch viel weniger vom verzögert beginnenden Tatort sehen musste, um die Pupille auf Standby zu stellen und einzuschlafen. Ja gut, Ziel erreicht, aber was ist denn nun mit den Kindern? Bekommen die jetzt Rechte oder nicht? Oder könnte man wenigstens einfach mal behaupten, dass Kinder auch irgendwie Menschen sind, dann hätten sie wenigstens Menschenrechte. Panikpicknick Klimakafés sind der neue heiße Scheiß in der Erlebnisgastronomie. Besucher können hier bei einer Tasse Matetee aus regionaler Bodenhaltung live erleben, wie Menschen im Kreis um selbst gesammelte Äste und Hagebuttner sitzen und sich gegenseitig erzählen, wie furchtbar die Angst ist, bei Zimmertemperatur spontan in Flammen aufzugehen, darüber beraten, wie sehr man Menschen hassen darf, die in Urlaub fliegen und berichten, wie ausgebrannt man sich fühlt, wenn die Welt nicht sofort stehen bleibt, obwohl man sich auf einem Zebrastreifen festgeklebt oder ein Kunstwerk mit Tomatenzuppe eingesaut hat. Das klingt toll. Darf man da einfach so hin oder braucht man da einen von diesen Jochen Schweizer Erlebnisgutscheinen? Löcherlich Das Landgericht Frankfurt am Main hat in einem Eilverfahren angeordnet, dass der Podcast Hoss und Hopf eine Folge, in der eine Person, die aufgrund ihrer Biologie nicht in ein Fitnessstudio für Frauen durfte und deswegen die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eingeschaltet hatte, mehrfach als Mann bezeichnet wurde, löschen muss. Das Gericht erkannte zwar an, dass die Bezeichnung biologisch korrekt ist, aber wie viele Finger da sind, ist egal. Winston hat so viele zu sehen, wie die Partei vorgibt. Das wird sicher zu mehr Akzeptanz führen. Wir sind auf einem ganz guten Weg. Bauernregel Das Bundesministerium für Weizen und Korn gibt die offizielle Bauernregel für den Monat September bekannt. Im September, das ist toll, seufzt der Knecht sich täglich voll. Ja dann, Prost! Warteschlange Der Pfortersee im hessischen Schlitz, äh, ne, das klingt blöd, hessischer Schlitz, das kann man doch so nicht, Moment. Also, in Schlitz im hessischen Vogelsbergkreis ist ein Baggersee gesperrt. Der Grund, ein Badegast hatte den Notruf gewählt und die Sichtung einer Schlange gemeldet. Feuerwehr, Reptilien-Experten und Angelverein haben das Tier bisher nicht gefunden, daher darf der See zur Sicherheit der Badegäste bis auf weiteres nicht betreten, äh, ne, Moment, man betritt doch keinen See, ähm, äh, nicht beschwommen werden. Also gut. Welcher Witzbult hat den Notruf gewählt, weil vor der Pommesbude so eine lange Warteschlange war, hm? Na, wer war's. Außenwirkung Die brandenburgische Finanzministerin Lange, SPD, hat der Bild gegenüber geäußert, dass einiges gewonnen sei, wenn bestimmte Leute grundsätzlich nicht mehr an Talkshows teilnehmen würden und präzisierte später auf Instagram, dass damit die Parteivorsitzende Esken und Generalsekretär Kühnert gemeint waren. Also das verstehe ich nicht. Wieso sollen Esten und Kühnerte nicht mehr in Talkshows auftreten? Die tragen doch wunderbar nach außen, wofür die SPD steht. Äh, oder ist etwa genau das das Problem und jemand hat Angst um seinen Posten in Brandenburg sind ja jetzt auch bald Wahlen. Innovation Die strategische Förderung von Startups im Bereich Computerspiele wird von ewig gestrigen Knaussern kritisiert. Dabei handelt es sich nur um lächerliche 50 Millionen Euro im Jahr, mit denen die Entwicklung von wegweisenden Spieleknallern gefördert wird, wie etwa einem Oktoberfest-Simulator, einer Neuauflage von Snake oder einem 2D-Flugsimulator, der es Gamern ermöglicht, auf dem Handy das Spieleerlebnis zu genießen, das man bereits vor 10 Jahren bei Browserspielen hatte oder vor 40 Jahren auf dem C64. Also das ist mal wieder typisch. Leute mit fehlendem Weitblick kritisieren alles, was sie nicht verstehen. Aber wenn Deutschland dann in ein paar Jahren der weltweite Standort Nummer 1 für die Spieleindustrie ist, dann waren sie schon alle vorher dafür und fanden es ganz, ganz toll. Jaja. Aber Killerspiele werden da hoffentlich nicht gefördert, oder? Also nicht, dass da heimlich jetzt einer auf Steuernacken eine Neufassung von Moon Patrol programmiert und hinterher machen die Kinder dann Bilde Drive-By-Shootings mit dem Bobbycar oder so. Wollen wir nicht. Verdächtig. Die Staatsanwaltschaft hat eine Klage gegen die ehemalige Berliner Gesundheitssenatorin Talaichi und den Inhaber einer Werbeagentur erhoben, denn sie vermutet Bestechlichkeit. Der Grund für diese Vermutung ist die fehlende Rechnung über die Hochzeitsfeier der damals noch Senatorin, die von der Werbeagentur ausgerichtet wurde und die ganz zufällig kurz darauf einen netten Auftrag für eine Werbekampagne von der Gesundheitsverwaltung erhalten hatte. Och, na die sind aber misstrauisch. Nur weil es keine Rechnung gibt, bedeutet das doch nicht, dass die Feier nicht bezahlt wurde. Vielleicht ging die Rechnung ja auf dem Postdeck verloren, da gab es doch mal diesen Fall in Franken, wo ein Mann über Jahre keine Rechnung von seinem Stromversorger bekommen hat. Und dass dann genau diese Werbeagentur einen dicken Auftrag bekommen hat, das ist reiner Zufall. In Berlin gibt es ja praktisch nur zwei Werbeagenturen, da war es dann 50-50, wer den Zuschlag bekommt. Luftloch. Wie die Welt berichtet, riss die Explosion einer SpaceX-Rakete ein riesiges Loch in die Atmosphäre. Äh, ja Mist? Wenn da jetzt ein Loch drin ist, entweicht da nicht unsere ganze Luft ins Weltall? Das würde erklären, warum es in den letzten Tagen immer so windig ist. Kann man da nichts machen? Was reinkleben oder so? Hilft da vielleicht dieses tolle Flex-Tape? Doch nicht. Pünktlich zum Jahrestag des Attentats von 1972 auf die israelische Olympiamannschaft gab es erneut Schüsse in München. Ein Einzeltäter hatte aus einem Karabiner aus Weltkriegszeiten mit aufgepflanzten Bajonett zunächst mehrere Schüsse auf das israelische Generalkonsulat, dann auf das NS-Dokumentationszentrum und schließlich auf Polizisten abgegeben, die das Feuer erwiderten und den Schützen tödlich trafen. Die anfängliche, vereinzelt in sozialen Medien aufkeimende Freude über die Tatsache, dass der Schütze hehlhäutig und badlos war und scheinbar eine Waffe aus Wehrmachtsbeständen verwendete, verflog schnell, als bekannt wurde, dass es sich bei dem Täter um einen österreichischen Islamisten mit bosnischen Wurzeln und bei der Waffe um einen Karabiner 31 aus der Schweiz handelte. Mit einem Gewehr. Da habt ihr es ja Kleingläubigen. Die Messerverbote wirken. Er hat nämlich kein Messer benutzt, sondern einen Karabiner mit Bajo. Gut, sagen wir, die Messerverbote wirken fast. Andererseits, wenn das Bajonett aufgepflanzt ist, zählt das dann überhaupt noch als Messer? Man hat ja dann eher sowas wie einen unförmigen Speer. Also ich würde sagen, das gilt nicht wirklich. Die Messerverbote wirken doch. Erklärung. Der gebührenfinanzierte Südwestrundfunk klärt auf. Was eine Frau nach einer schweren Geburt absolut nicht hören will, ist der Satz, Hauptsache das Kind ist gesund. Denn dadurch wird das Kind in den Vordergrund gerückt und die Frau kann das Gefühl bekommen, ihrem Struggle wird nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Frauenvorsteher Jens Gibulde vom Sonnenstudio Grill & Chill begrüßt diese längst überfällige Aufklärung, denn einer frischgebackenen Mutter ist nichts egaler als die Frage, ob das Kind ein langes und gesundes Leben vor sich hat. Wichtig ist ja nur, ob die Frisur noch sitzt, ob ihr Make-up verschmiert ist und ob sie das Geburts-Big-Match auf TikTok gewonnen hat. Andrang. Aus bisher unbekannten Gründen gab es in der Agentur für Arbeit in Wuppertal einen Großeinsatz der Polizei. Auch das SEK war vor Ort. Vielleicht war ja gerade Happy Hour 2 Umschulungen zum Preis von einer. Mal ehrlich, Polizei ist schon ein undankbarer Job. Massenhaft Überstunden, miese Bezahlung, Gefahr und egal was man macht, irgendwer meckert immer. Da kann man auch gleich Praktikant beim Bitterwilli werden. Trauerspiel. Der überaus talentierte und lustige Komiker El Hotzo wird seinen irre lustigen Podcast. Äh, hat zufällig jemand eine Ahnung, wie sich das Format nannte? Nein? Ist auch egal. Nicht fortsetzen. Lustigkeitsexperte Jens Kibulder rät zur Vermeidung von Entzugserscheinungen, einfach mal eine Raufasertapete zu betrachten, warnt aber davor, dies länger als zwei Minuten am Stück zu tun, da Raufasertapeten eine deutlich höhere Witzdichte enthalten und bei Ungeübten die Gefahr eines sogenannten Überlachens besteht. Klarstellung. ZDF heute zählt begeistert die Vorzüge der US-amerikanischen Präsidentschaftskandidatin Harris auf. Kompetent, schlagfertig und nicht weiß. Toll, endlich sind wir davon weg, Menschen anhand ihrer Hautfarbe zu beurteilen. Mietgerechtigkeit. Der Berliner CDU-Abgeordnete Greff hat eine wundervolle Idee, wie man Mieten sozialer gestalten kann. Kommunale Wohnungsgesellschaften sollen, so sein Vorschlag, Mieten vom Nettoeinkommen der Mieter abhängig machen dürfen. Eine sehr schöne Idee den Menschen mit niedrigem Einkommen, aber Moment, da ist ja sogar ein Zitat. Es kann nicht sein, dass jemand mit hohem Nettoeinkommen, nur weil er schon viele Jahre in einer Wohnung wohnt, das gleiche zahlt wie jemand mit sehr wenig Nettoeinkommen. Äh, das klingt jetzt irgendwie, als würde der Vorschlag lediglich darauf abzielen, bei Mietern mit hohem Einkommen mehr Geld verlangen zu dürfen, bei Mietern mit geringem Einkommen die Miete aber nicht nach unten zu korrigieren. Hat zufällig jemand Jens Gibbolde gesehen? Kann der mal kurz rüberkommen und mir das erklären? Was? Wieso ist der drüben beim Wetter, Willi? Äh, ja gut, aber wenn er wieder nüchtern ist, soll er bitte sofort herkommen. Ja, danke. Das Gesetz der Woche In Nevada ist es erlaubt, jemanden, der ihren Hund erschossen hat, aufzuhängen. Sie müssen das allerdings auf ihrem eigenen Kunststück tun, sonst ist es verboten. Zu den Auslandsmeldungen Talibanien-Ust Nach der Abschiebung von Straftätern zurück nach Afghanistan lachen sich die Taliban frech ins Fäustchen. Dass den Abgeschobenen mitgegebene Handgeld von bis zu 1000 Euro pro Person wurde, so die Annahmen, den Abgeschobenen direkt nach ihrer Ankunft abgenommen, was natürlich nichts in der Zahlung war, stand hinter den Zahlungen durch der Gedanke, den Abgeschobenen zu ermöglichen, sich in der neuen, alten Heimat mit dem Nötigsten zu versorgen. Äh, was meinen die mit das Nötigste? Neue Papiere, neues Messer, neues Ticket nach Deutschland, oder wie? Äh, und kann man diesen Taliban mal bitte erklären, dass es unhöflich, verletzend und misogyn ist, sich über unsere sehr guten Politiker lustig zu machen und zu behaupten? Spitzenkräfte! Wie die Außenministerin Baerbock oder die Innenministerin Faeser seien am Hindu-Kusch nicht einmal für das Amt als Bürgermeisternde geeignet. Das ist doch eine Unverschämtheit, kann man die Kerle nicht mal anzeigen oder so? Mos Scheißli Die Acolyte, die laut Disney beste und bei den Zuschauern beliebteste Serie im Star-Wars-Universum, wird keine zweite Staffel bekommen, weil kaum jemand Lust hatte, sich den Blödsinn anzusehen. Äh, Moment, das kann so nicht stimmen. Die Serie war toll, fortschrittlich und super geschrieben, mit sehr überzeugenden Charakteren und es wirkte überhaupt nicht, als hätte da jemand versucht, seine Komplexe zu verarbeiten. Also, äh, eine kleine Gruppe rechtsradikaler Frauenfeinde hat es geschafft, die sehr positiven Rankings der begeisterten Zuschauer so zu manipulieren, dass es eine zweite Staffel der besten und beliebtesten Star-Wars-Serie nicht geben wird. Boah ey, diese fiesen Kerle, kann man das nicht irgendwie verbieten? Man kann doch nicht einfach sagen, dass einem eine Serie nicht gefällt und ihr schlechte Bewertungen geben, wo kommen wir da denn hin? Brasilien. Da X vormals Twitter seiner Meinung nach nicht ausreichend gegen Desinformation, was auch immer damit gemeint sein mag, vorgeht, hat das oberste Gericht Brasiliens Unterrichter Amorales, äh, ne, wie heißt der? Ademorales, ne, auch falsch, ah, hier steht es, Ademorales, Moral kommt in dem Namen überhaupt nicht vor, äh, die Plattform verboten. Also in Brasilien nicht generell. Nordkorea, ähm, China, ähm, Brasilianern, die diese Sperre umgehen, etwa durch Nutzung von VPN, droht eine Geldstrafe von 50.000 Rubeln, äh, real pro Tag. Das sind etwas mehr als 8.000 Euro, ziemlich teuer für ein paar Katzenbilder. Ja gut, dem kann es egal sein, der hat zwar selbst über eine Million Follower auf X, aber er twittert seit fast einem Jahr nicht mehr. Wohl als Beitrag zur Einschränkung von Desinformation. Franzosien. Medienberichten zufolge ist ein mit 60 Personen überladenes Flüchtlingsboot auf der Fahrt von Frankreich nach England gekentert, mindestens 12 Menschen sollen bei dem Unglück ertrunken sein. Wovor genau man aus Frankreich flüchten muss, ist zur Stunde noch nicht klar, es könnte aber mit diesen Schnecken in Knoblauchsoße und diesen überlangen Brötchen zu tun haben, wer tut sich sowas schon freiwillig an? Amerikanien. Zwei sogenannte Amerikaner sind tot. Und zwar schon seit 2022. Es sind natürlich viel mehr Amerikaner tot, aber die beiden sind besonders tot. Äh, Quatsch. Äh, bei denen ist das besonders, weil man jetzt herausgefunden hat, warum sie tot sind. Sie sind nämlich gestorben. Und jetzt hat man auch herausgefunden, warum. Sie hatten sich bei einem Zombiehirsch mit der Zombiehirschkrankheit angesteckt. Äh, ja, Moment mal. Wenn man sich bei einem Zombiehirsch diese Zombiekrankheit einfängt, dann wird man doch zum Zombie. Wieso ist man dann tot? Der Witz an Zombies ist doch, dass sie eben nicht tot sind. Also, schon tot, aber nicht so richtig tot. Also, eigentlich schon richtig tot, aber eben untot. Quasi lebendig. Äh, obwohl sie tot sind. Also, sie laufen rum, aber ohne Puls. Äh, Stoffwechsel haben sie aber trotzdem, weil sie immer Hunger aufs Gehirn. Äh, Boah. Hätten diese Deppen sich nicht einfach die Räute einfangen können, wie andere Leute auch? Ehemal tanzen welche aus der Reihe, um aufzufallen. Und ich muss dann diese irrenkomplizierten Krempel erklären. Also, das ist eine Frechheit. Und nun, zum Wetter. Willi, du bist dran. Willi? 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 Hallo? Willi? Willi, bist du da? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt ist der echt mit dem Gibbolder einen saufen gegangen. Ja. Toll. Alle gehen saufen. Ich muss hier alleine arbeiten. Ey, das ist unfair, Leute. Ich hab auch Gefühle. Und Durst. Komm, schau mal wieder zurück zu mir. Ey, also, diese beiden. Gemeinheit. Das war's von den Nachrichten. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Die Nachrichten sind da. Und Willi hat Frisur-Katar. Ah. Ja. weeks ist wirklich lediglich. Doch. Ja. Ich bin ich.